Ich höre irgendwie so radioaktives, diese Geigerzähler höre ich gerade so ein bisschen. Lauf mir da eigentlich gerade hin. In Richtung in Richtung in Richtung Lauf mir da. Das ist ein Wettel. Ich weiß nicht, dass sie uns kommen. Ich bin nicht sicher, dass sie uns kommen. Das ist ein Wettel. Ich weiß nicht, dass sie uns kommen. Was geht denn da runter? Nordwesten, ja. Ja. Nordwesten, ja. 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 Er hörte uns darüber. Er hatte ziemlich die Sicht. Er konnte meinen Bezug sehen. Guck mal, da sind Fehler. Da sind Fehler da oben. Gut. Ich muss mal sagen, wir gehen mal weg. Wo sollen wir hingehen? Nach Norden, zum Wachstum. Ja, nach Norden, gut. Nein, nicht Pause machen. Wollte mich auch nicht hin. Ich wollte die Karte öffnen. Ja, also gehen wir über den See zum Ausgang. Gut, da lang ich da. Ich hoffe mal, wir packen das noch. Aber ich denke schon. Gehen wir wieder runter. Ich glaube wirklich über den See ist es am kürzesten. Also wenn wir über den See rumgehen. Also da lang. Hier lang. Ich nehme mir dann immer den Heli hüllen. Aber man ihn nicht sieht. Ja. Ich weiß, ich sollte mich entschuldigen. entschuldigen, dass es keine Bezug auf uns zu starten hat. entschuldigen, dass wir nicht verrückt sind. Und es gab keine Verschuldung. Aber ich bin nicht. Es war ein süßes Kind. Mit einem schuldigen Vater, der hier rauskam wie ein Geist, nachdem ihn in eine Höhle zerbaut hat. Aber ich bin nicht. Aber ich bin nicht. Ich glaube, es war ein Verkauf. Und ich glaube, es war ein Verkauf. Und ich glaube, ich glaube, Ned hat ihn gebeten. Wir wissen nicht, was passiert ist. Ned wollte sein Sohn sein, zu können, und zu tun, und zu tun, was er selbst gemacht hat. Aber... Brian konnte nicht. Und wie hat das funktioniert, Henry? Ich bin sorry. Gott, es wäre so leicht zu erzählen, die Wahrheit zu erzählen, und ihn zu Hause. Ich bin zu Hause. Ich kann nicht aufhören, zu denken über das. Du hast nichts falsch gemacht. Ja, ich habe. Und jetzt muss ich entscheiden, ob ich Menschen erzähle, dass er da unten ist. So können sie den Körper entfernen, oder nicht. Und wenn ich das mache, werde ich gefragt, über Ned Goodwin. B. Oh, fuck. Ist das ein Helikopter? Ja, hold on. Hey! Nein, es ist noch eine. Ja, hier. Ja. Ja, er kommt. Okay. Uh, eine Sekunde. Hey, sie sind hier, aber sie machen Rounds. Sie werden zurück. Um, ich denke, ich gehe mit ihnen. Ah, D. was, wenn sie nicht zurückkommen? Sie kommen zurück. Das ist ihre Arbeit. Was, wenn wir etwas über... etwas über... etwas? Ich weiß nicht. Henry, du bist schmerzt. Es ist nichts, was passiert ist. Sie kommen zurück für dich. Just... warte. Ich gehe. Okay. Wenn du musst. Ich muss. Ich gehe mit dir. Heine sicher. Na, genau. Hier muss ich auch. Oh, Mann. Ah, ich bin sogar da lang gelaufen. Ja, gut. Ja, ich hätte den anderen Weg nehmen können. Naja, was willst. Jetzt. Jetzt muss ich halt hier lang bauen. Ich hoffe nur, die kommen wirklich zurück. Ich muss dann da rüber. Ja. Darüber muss ich... Der Weg hier ist ein bisschen länger als der andere. Ich habe den verpasst gehabt. Weil ich dem zugehört habe beim Reden. Hm. So, hier. Dann müssen wir hier hoch. Dann müssen wir hier hoch. Also wegen dem Kind, das da abgestützt ist. Ich kann auch nur glauben, dass das ein Unfall ist. Weil das irgendwie... Also der ist einfach die... Also ich weiß nicht, wie das passiert sein kann. Da ist da die Höhle runter geklettert. Und dann ist das Seil abgegangen. Keine Ahnung. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja. Haben wir den Helikopter wieder? Ich hoffe, der kommt zurück. So. Da ist auch die Hängebrücke. Also der alter Wagen. Nein. Delilah? Sie ist nicht mehr da. Jetzt? Hallo? Hm. Gucken wir mal aufs Klo, wie es da aussieht. Ich habe eine gute Zeit. Ich habe eine gute Zeit. Boah, ich mache hier überhaupt nichts mehr. Da hat er mich gerade, sie hat ihn gezeichnet. Sie hat ihn gezeichnet? Mhm. Mhm. Okay. Nein. Und jetzt? Jetzt machen wir mal einen Apfel. So, kann man machen. Tequila. Hallo? Hallo? Ist jemand da? Hi. Ja, es ist mir. Ich bin zurück in der Stagung Area, neben der Trailhead. Ich glaube, ich sehe deinen Truck. Red? Colorado Plates? Ja. Es ist ein PIECE OF SHIT. Ich glaube, es ist ein PIECE des Raccoon. Es ist ein PIECE des Raccoons. Ja. What's next? Tell you what, why don't you choose for me, and I'll choose for you. Alright, sure. Um, maybe... Maybe you could come back to Boulder with me, and figure it out down there. Um... Just a thought. You don't want me down there. Well, I just asked you. Look, I've got some things to do in Casper, and maybe I'll head south sometime after that. I could come by, sure. Okay. So, what about me? I think you should go to Julia, and then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. Yes. I, um... Yeah. You gotta go see her. Yeah, sure. Henry, I... Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. Yeah. You're right. I mean, I think you're right. Good. When I get back, maybe I could, um... We shouldn't focus on this summer. Next year we'll roll around, and then the year after that, and then it's just, uh... I don't know. My Aunt Judy called it a pause in the hallway of time. Did your Aunt Judy smoke a lot of pot? Yeah. Well, you should try to take her advice, too. Yeah, we'll see. There's the helicopter. They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. You, too. Good luck. Well, Henry, you keep it for yourself, okay? Bye. Bye, Hank. Okay, Mama. Okay, I'll see you later. Yeah, good. Hm. Also, Geschichte ist gut. Spiel auch. Alles. Ich habe nur noch nicht so richtig verstanden, was jetzt mit der Geschichte so abgeht. aber ich verstehe immer noch nicht was jetzt dieses eingezäunte Camp da war der Vater von dem Jungen war es ja nicht ich habe keine Bilder gemacht, nur eins zwei ja, ich habe keine Bilder gemacht, da habe ich nicht dran gedacht, deswegen werden da jetzt keine Bilder angezeigt ja, naja aber das sind die Bilder von dem, der das ist ach, das ist von mir das Bild, okay so sieht der aus was haben wir da noch irgendwie ein verwackeltes Bild, okay Dinosaurier das ist ein gutes Bild hm, und wer ist das jetzt? schon mit einer von den beiden, die da, ähm geschrieben haben mit uns, ich weiß die Namen jetzt nicht ah ne, das ist der Sohn, oder? Vater und Sohn, oder? ja gut, ich hoffe, es hat euch gefallen also mir hat es auf jeden Fall gefallen und, äh, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mal bei meinen anderen Let's Plays vorbeischaut und dann würde ich sagen, bis dahin tschüss 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 tschüss